Musik Heute mit Clips von Dimitri Horstowski Jennifer Lamont Joshua Bell Christine Schäfer Chanticleer Il Giardino Armonico und Placido Domingo Liebe Zuschauer, willkommen zur letzten Ausgabe in diesem Jahr von Classic Cuts, dem Classic Magazin bei Dreisat. Und da müssen wir natürlich ein bisschen was Besonderes bieten, sozusagen eine Classic Cuts Sonderabfüllung. Und das fängt hier schon in diesem Prunksaal an. Es ist immer noch ein Geheimtipp hier in Salzburg gegenüber der Residenz, die Max-Gandolf-Bibliothek. Nicht allzu lange Zeit ist es her, dass sie renoviert worden ist im Glockenspiel-Turm. Ja, und dann gibt es natürlich Classic Clips, Edits Best am laufenden Band. Und wir fangen jetzt gleich mit dem, ich würde mal sagen, attraktivsten oder einem der attraktivsten Baritone dieser Zeit an. Er kommt aus Sibirien und heißt Dimitri Orstowski. Und er hat auch ein russisches Lied auf den Lippen. Übrigens, wer es nicht glaubt, wird jetzt eines Besseren belehrt. Peter Tchaikovsky hat Lieder geschrieben und zwar über 100 Stück. Eins davon hören Sie jetzt mit Dimitri und von ihm gesungen. Und das ist Herz und Schmerz wieder allein. Und das ist jetzt mit dem Lippen. Und das ist jetzt mit dem Lippen. Und das ist mit dem Lippen. Und das ist mit dem Lippen. Vielen Dank.